Willkommen zurück zu Missing Translation, Folge 2. DOS. Okay. Ähm. Ich brauchte hier ja nur E. Wir sind bei Rätsel 16 von 25. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen, in dieser Folge diesen Rätselabschnitt zu beenden. Ich muss einmal kurz gucken, was ich hier überhaupt mache. Okay, ich muss jetzt hier rüber. Ja, muss ich ja. Oh, okay. Das ging dann jetzt auch wieder relativ gut. Muss man ja sagen. Bart. Bart. So. 17 von 25. So. Zack, zack, zack. Kein Problem. Ich sollte das Spiel echt nur noch morgens, beziehungsweise mittags aufnehmen. Da habe ich noch die Konzentrationsfähigkeit. Ich hatte gestern Abend noch kurz überlegt, ob ich aufnehmen soll. Habe mich dann allerdings dagegen entschieden, weil... Ne? Keine Konzentration mehr von mir. Die Nase. Wie unangenehm. Boah. Boah. Okay, da wird das dann enden. Nein. Moment. Was? Was ist dort enden? Versuchen wir einfach mal die andere Taktik, ne? Na, also. Hm. First try. Das ging ja auch noch relativ... Ja. Einfach. Möchte ich einfach mal sagen. Einfach möchte ich einfach mal sagen. Ich möchte einfach, einfach, einfach gesagt haben. Das war doof. Okay, ich muss auf jeden Fall, äh... So rum geht's schon mal nicht los. Oh, voll ekelhaftig. Oh, snap. Ich glaube, das war schon ein Fehler. Oh, snap. Oh, shit. Ich weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist, die Anzahl der Versuche, die ich brauche. Oder ob man das normalerweise... Ja, okay, wenn man es vorher so... Dann könnte man es wahrscheinlich alle beim ersten Mal, aber... Ach, nee. So, wo muss der hier hinten? Und da, warte. da hatte ich ja kurz bedenken so kurz das ist jedoch die reine schikane ist doch also ich muss ja noch einmal hier so erstmal die ganzen außen weg schönes ding mal gucken was als nächstes kommt level 23 von 25 25 von 25 brauche ich dann wahrscheinlich so 20 versuche oh snap das war doof da komme ich doch jetzt schon ne das ist nein ich muss das alles erstmal aus dem weg das ist 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 ich bin gerade äußerst äh verwahrt 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 na kann ich da was machen kommen da später noch rätsel oh die sind verschlossen warum ich kann hier doch auch nichts machen also selbst wenn ich irgendwas machen wollen würde ist das ja an der seite eigentlich äh was äh ja und jetzt das ist schön dass wir darüber gesprochen haben kann ich kann ich da so also so ah ok so und dann so so ach da ist es auch unten geschlossen ok ist das dann hier oben auch geschlossen ne jetzt haben wir das ne aber oh da ist auf jeden fall er kann sprechen er kann sprechen ja ok jetzt habe ich hier irgendwas ja aber ich weiß auch immer noch nicht was mir das bringt so so äh was jetzt wurde mir da ein tisch angezeigt kann ich mich jetzt an einen tisch setzen kann ich mich jetzt an einen tisch setzen an dem da hinten zum beispiel was heißt das hier da passiert jetzt nichts oder was muss ich das hier vorm fenster sagen nein ok gehen wir mal draußen weiter gucken schön ich habe aber immer noch keine ahnung was ich da sage ach wisst ihr was wenn euch die folge gefallen hat gebt einen daumen nach oben schreibt ein nettes kommentar und dann sehen wir uns bei der nächsten folge wieder wenn es heißt rezespaß ja 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 nimm das ist wie die und die dann Vielen Dank.